Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, wo die besten Kameras, die besten Fallendrähte und die besten Fallen vom guten Cypher platziert werden könnten? Dann seid ihr hier in diesem Video genau richtig, denn sowohl auf Split Haven als auch auf Bind werde ich euch heute gemeinsam mit meinem Kollegen alles zeigen. Wir starten mit der Map Splits und auch wenn Cypher generell in der Mitte sehr, sehr selten gespielt wird, gibt es genau einen wichtigen Spot für eure Falle, die euch einen entscheidenden Vorteil bietet. Und zwar, wenn ihr beispielsweise hier auf der linken Seite steht, dann könnt ihr euch an die Wand heranstellen und könnt Richtung der Schilde oben zielen. Und drückt dann einmal Q, die Falle wird hier oben platziert und in dem Moment, wo ihr die Falle aktiviert, könnt ihr die Füße und den Unterkörper des Gegners sehen. Andersherum sieht er euch aber auf keinen Fall. Das bedeutet, ihr erahnt die Gegner schon genau bei diesem Durchgang hier, das heißt, ihr piekt ganz kurz, zieht nach oben, geht wieder zurück. Die Falle ist jetzt aktiv, ich aktiviere sie und ich kann den Gegner sehr, sehr gut abaimen. Er sieht mich im Gegensatz überhaupt nicht, er sieht höchstens wirklich meinen kleinen C, Leute. Bis dahin habt ihr den Gegner auf jeden Fall zuerst gekillt. Machen wir weiter mit dem B-Spot auf Splits. Das ist hier eine absolute Standardfalle, die sieht man sehr, sehr oft. Das kann man ein-, zweimal ganz gerne machen und dann wird quasi hier eigentlich nur noch abgeaimt. Das heißt, wenn der Gegner wirklich auf B pushen möchte, dann ist dieses Fallendraht nicht mehr so gut. Was allerdings wesentlich besser funktioniert ist, wenn ihr euch diesen Eimer hier nehmt und dann könnt ihr nämlich so ein Draht hier setzen. Der ist perfekt, vor allem als Überraschung, weil zum einen geht der Gegner nicht davon aus, dass hier die Falle platziert wird und zweiteres ist noch viel wichtiger. Während diese Falle, die ich als erstes platziert habe, sehr, sehr gerne zerstört werden kann, muss man sehr weit raus pieken, um diese Falle, selbst wenn man weiß, dass sie dort ist, um diese zu zerstören, ist man im Endeffekt gefundenes Fressen für den Heaven-Bereich. Das ist das absolute A und O, deswegen probiert diese Falle gerne aus. Ihr könnt ein bisschen rumspielen damit. Ihr habt andere Winkel, die ihr auch einsetzen könnt. Da müsst ihr einfach schauen, dass ihr den Gegner möglichst gut überrascht. Das ist natürlich von Runde zu Runde unterschiedlich. Und apropos Überraschung, das ist eine Falle, die ich gerade eben gelernt habe, die unfassbar gut funktioniert. Und zwar nehmt ihr einfach diese Lampe da oben und diesen Bereich hier, den hat man sehr, sehr gerne als Angreifer zum Pieken. Zum einen möchte man gerne an den Orb gehen, die Falle wird ausgelöst und zum anderen möchte man auch gerne pieken. Das heißt, wenn sich der Gegner hier immer ein bisschen am Jingle pieken oder sowas ist, dann wird die Falle ausgelöst. Und da muss wirklich erstmal geschaut werden, wo ist denn überhaupt die Falle? Und an der Lampe werden die meisten Leute diese eben nicht vermuten. Funktioniert auch noch mit den anderen Spots. Probiert es da einfach ein bisschen aus. Das macht meiner Meinung nach echt viel Sinn. Natürlich, irgendwann hat sich der Gegner daran gewöhnt, aber das ist nochmal die Spielweise von Cypher. Ihr müsst einfach eurem Gegner ein kleines bisschen voraus sein. Es gibt natürlich auf dem Spot selbst noch einen Standardfallendraht. Der sieht so hier aus. Irgendwann wird auch der hier vermutet. Als Alternative gibt es dieses Schild hier oben. Und zwar habt ihr überall die Möglichkeit, den Fallendraht zu platzieren. Zum einen so. Beispielsweise ist das ja hier auch ein unglaublich beliebter Spot zum Bomben planten. Ihr könnt die Falle aber auch ein bisschen weiter vorne setzen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und auch den Spot habe ich gerade eben erst neu gelernt. Machen wir weiter mit den Kamerasports auf B. Und da gibt es eine sehr, sehr wichtige. Und zwar diesen Punkt da hinten. Für einige Neueinsteiger, die es vielleicht noch nicht wissen, wenn ihr höher springt, könnt ihr auch die Kamera natürlich dementsprechend höher platzieren. Das macht sich dann hier ganz besonders gut. Das heißt, die Kamera sitzt hier ganz weit oben. Ich kann die Füße des Gegners sehen, kann die Gegner markieren. Er kann sie aber erst mal nicht zerstören. Und wenn er dann rauspiekt, gehe ich einfach möglichst schnell aus der Kamera raus, damit er nur erahnen muss, wo sich die Kamera befindet. Das Pendant dazu, falls die Kamera auf der anderen Seite, also hier oben, relativ schnell zerstört wird, weil ihr das schon ein paar Runden lang eingesetzt habt, dann gerne hier hinstellen, ungefähr auf diese Höhe ziehen, springen und dann direkt mit Linksklick aktivieren. Da seht ihr auch die Füße. Der Gegner, wie gesagt, hat er natürlich eine Ahnung, aber es funktioniert immer mit den Kameras so. Möglichst nicht zu offensiv einsetzen. Mit den letzten Patchänderungen habt ihr einen erhöhten Cooldown, wenn die Kamera zerstört wird. Den wollt ihr nicht. Das heißt, ihr seht hier die Füße, müsst im Zweifel nicht mal markieren. Geht einfach raus und dann wisst ihr ganz genau, ihr habt die Info, könnt vielleicht sogar den Call machen. Ey, da sind zwei, drei Leute und dann geht ihr aus der Kamera raus, um den Stack nicht aufzubrauchen. Kommen wir zu einem absolut genialen Spot auf A für die Kamera, meine Freunde. Ihr stellt euch ungefähr auf die Höhe dieses Kassens hier und zielt so, dass in einem Sprung eure Kamera nicht in die Richtung platziert werden kann, sondern leicht links. So hier. Weil, wenn ihr dann in die Kamera reingeht, könnt ihr bis hinten zu der Ecke schauen, wo gerne gepiekt wird und wo gewartet wird. Das ist ein absolut fantastischer Spot. Ich bin gespannt, ob das irgendwann rausgepatcht wird oder ob ihr das hier einfach zum ersten Mal gesehen habt. Ja, und ihr das in den nächsten Runden einfach mal ausprobiert. Ich bin gespannt. Ein weiterer Spot, der sehr, sehr geil ist, ist der folgende. Ihr stellt euch ungefähr hier auf die Linie und wollt die Mauer da hinten treffen. Das heißt, ihr versucht so zu springen, dass ihr eure Kamera da ganz hinten platzieren könnt. Und dann habt ihr eine relativ gute Sicht auf den Spot. Auch der ist fantastisch, finde ich. Und last but not least, den Spot kennen wahrscheinlich schon sehr, sehr viele. Und zwar hier oben unter den Fenstern. Denn ihr könnt dann durch diese Fenster hier durchschauen. Ihr könnt zwar nicht markieren, der Gegner kann euch auch die Kamera nicht zerstören. Aber ihr habt halt die Information, ob hier jemand beispielsweise rüber rennt oder ob der Spot vielleicht sogar gerusht wird. Finde ich ganz cool und vor allem finde ich an der Kamera ganz gut, dass sie eben nicht zerstört werden kann. Kommen wir zu einer sehr, sehr coolen Smoke. Und zwar stellt euch hier an die Kante, guckt hier oben Richtung der Deckenlampe, werft eure Smoke, aktiviert diese und habt hier wieder einen sehr, sehr großen Vorteil. Das heißt, einfach an die Kante stellen, hier oben Richtung Lampe gucken und dann habt ihr die perfekte Grundlage, um frühe Frags zu bekommen. Und dann neben den ganzen Standardfallendrähten gibt es noch einen, den ich euch ganz gerne ans Herz legen wollen würde. Und zwar hier an dieser Kante. Der wird auch sehr, sehr selten genutzt. Und ein paar Runden lang kann man den Gegner damit auf jeden Fall überraschen. Machen wir weiter mit der Map Bind und dem B-Spot. Und zwar gibt es hier eine Kameraposition, die sehr wichtig ist, um Informationen über B lang herauszufinden. Plus, ihr bekommt auch die Möglichkeit, hier den kompletten Spot zu überblicken. Und zwar rüstet ihr die Kamera aus, springt einmal nach vorne und platziert die Kamera ganz, ganz hinten. Und wenn ihr dann nach rechts euch dreht, dann seht ihr auf jeden Fall die Information, ob da jemand kommt oder eben nicht. Und selbst wenn der Spot schon eingenommen wurde, weil beispielsweise schon geplantet wurde, aber Cypher sich gerade nicht auf dem Spot hier befindet, habt ihr eine sehr, sehr gute generelle Übersicht. Ihr kennt alle das Problem, B neu einzunehmen, ist ein verdammt schwieriges Unterfangen. Deswegen gibt es eine gute Retake-Kamera. Und zwar, wenn ihr hier in der Ecke hochspringt, habt ihr da einen Büschel an der Wand. Also da habt ihr ein paar, ein bisschen Pflanzen, ein bisschen Grünzeugs dran. Das heißt, ihr nehmt eure Kamera in die Hand, springt hoch und platziert die Kamera dort hinten. Weil ihr dann genau den Spot sehen könnt. Die Kamera kann mittlerweile zerstört werden, eignet sich aber perfekt, um einfach Vision-Informationen zu bekommen. Einen weiteren guten Kameraspot haben wir hier. Und zwar kann ich ganz, ganz leicht über diesem Objekt hier, kann ich die Kamera platzieren. Die einfach perfekt passt von der Zahlung her. Und das heißt, ich kann hier durchschauen. Und wenn jetzt ein Gegner zum Beispiel um die Ecke piekt, habe ich die Information sehr, sehr schnell. Sehr, sehr guter Kameraspot tatsächlich. Neben den ganzen Standardspots bezüglich der Fallen gibt es noch einen Fallenspot, den ich sehr, sehr cool finde. Und zwar hier unten direkt, vorm Window. Das heißt, ihr könnt eure Falle hier platzieren. Und in dem Moment, wo der Gegner aus dem Fenster rausspringt, ich meine, natürlich kann man auch leicht vorbei navigieren. Aber die Information, ob die Falle dort liegt, die bekommt man meist erst dann, wenn man sich gerade schon im Sprung befindet. Das bedeutet, meist piekt man ja, schaut sich den Spot an. Und wenn man sich relativ safe fühlt, dann springt man halt durch. Und bis man dann auf den Boden guckt, um die Falle zu zerstören, dann war es das vielleicht auch schon. Wie gesagt, der funktioniert bestimmt ein, zwei Mal ganz gut. Machen wir weiter mit A auf Bind. Und da haben wir neben diesem ganz normalen Standardfallendraht haben wir noch weitere Drähte. Und zwar diesen hier. Der funktioniert sehr gut und der wird auch eher hier nicht vermutet. Das heißt, die Gegner werden meistens schon relativ weit vorm Teleporter stehen. Und dann sind sie eh schon etwas schneller unterwegs. Das heißt, der wird sehr, sehr oft getriggert. Und dann haben wir noch einen weiteren und zwar hier oben den. Auch der wird meist nicht vermutet. Das heißt, probiert euch gerne aus. Ihr habt hier sehr, sehr viele Schrägen drin, wo einfach so ein bisschen herum experimentiert werden kann. Und das eignet sich einfach generell hier super gut, meiner Meinung nach. Eine sehr, sehr mächtige und wertvolle Kamera ist die folgende. Und zwar könnt ihr hier ganz hinten in dieser Schräge eure Kamera platzieren. Und dann habt ihr den kompletten Spot im Blick. Das heißt, zum einen hier unten Richtung Schauer, Richtung Teleporter, also Richtung Kurz, Richtung Aladdin, CT und natürlich auch Richtung Heaven. Super wertvoll, super wichtig. Falls die Kamera dann öfter mal zerstört wird, also bewegt die Kamera hier oben gerne ein bisschen. Ich meine, ich habe sie jetzt relativ weit hinten platziert, um noch Richtung Schauer zu gucken. Sollte der Gegner oft den Spot rushen und weißt schon, dass die Kamera dort ist, platziert sie einfach ein bisschen weiter eben rechts. Eine sehr gute Smoke für die Showers ist die folgende. Und zwar, ich erkläre euch das gleich ganz in Ruhe. Es geht jetzt erstmal darum, dass ich die euch zu Demonstrationszwecken erstmal zeige. Und zwar wollt ihr die Smoke hier oben platzieren. Weil in dem Moment, wo ihr diese sprengt, habt ihr wieder den enormen Vorteil, dass ihr den Gegner sehen könnt, aber eher euch nicht. Das ist super wichtig. Jetzt zeige ich euch ganz kurz, wie ihr das macht. Und zwar habt ihr auf der rechten Seite, habt ihr 1, 2, 3, also eure Waffen. Und ihr habt bei der Classic jetzt in diesem Fall, habt ihr das Karo und dann den ersten geschwungenen Strich. Und der geschwungene Strich, der muss genau auf der Höhe der rechten Kachel hier sein. Das war jetzt dann ungefähr so hier. Und dann war es das auch schon. Das heißt, da muss man ein bisschen in den Trainingsmodus gehen, ein bisschen üben. Ich finde die Smoke fantastisch. Das heißt, der Gegner piekt ja meist relativ weit weg. Und selbst wenn er ein bisschen weiter vorne steht, er sieht halt einfach nichts mehr. Er kann aber auf der anderen Seite unglaublich gut geholt werden. Weiter geht's mit Haven und dem A-Spot. Da gibt's eine fantastische Kamera. Alle anderen Spots wurden ja quasi alle rausgepatcht. Da gab's einige Glitch-Cams. Das hier ist, glaube ich, kein Glitch, wenn man's so per se sich mal betrachtet. Denn die Kamera ist einfach gut platziert. Nennen wir es einfach gut platziert. Und zwar genau hier über diesem Stein. Da gibt es eine kleine Fläche, die ist blau. Und in dem Moment habt ihr halt einfach die Perfektkontrolle über den gesamten A-Spot, weil ihr lang, short und sogar hier rechts Richtung CT schauen könnt. Der C-Spot ist ein sehr beliebter für alle Cypher-Spieler. Das heißt, es gibt zum einen hier einen Standard-Fallendraht, den ich jedem empfehlen würde. Das ist einfach generell eine gute und wichtige Information. Den könnt ihr hier überall hinpacken. Meistens wird hier eh dann abgeaimt. Ist aber nicht weiter schlimm, denn es gibt noch eine Smoke, die fantastisch ist. Und zwar zieht ihr einfach hier Richtung dieses Röhrchen und werft eure Smoke da rein. Das heißt, wenn ihr beispielsweise hier hinten auf dem Spot verteidigt und ihr wisst, er wird gerusht, dann aktiviert ihr eure Smoke und habt wieder den enormen Vorteil, dass ihr hier Richtung der Gegner schießen könnt und er euch halt in dem Fall überhaupt nicht sehen kann. Und wie gesagt, auf einigen Karten ist es verdammt schwer, gute Fallendraht-Spots zu finden. Ihr könnt halt variieren. Also ihr könnt beispielsweise diese Röhrchen hier nehmen, um einfach so random Fallen zu verteilen. Das ähnliche haben wir auch auf dem A-Spot. Probiert da gerne ein bisschen was aus. Versucht den Gegner auch in dieser Stelle wieder zu überraschen. Aber es gibt jetzt für C per se keinen einzigen Spot, wo man sagen kann, da muss in jedem Fall in jeder Runde ein Fallendraht hin. Außer der erste, den wir euch gerade eben hier vorne gezeigt haben. Eine gute Kameraposition ist die folgende. Und zwar stellt ihr euch hier komplett an die Kante der Erhöhung. Und dann zieht ihr Richtung dieser Lampe hier. Und mit einem Sprung könnt ihr dann die Kamera auf dieser Seite hier platzieren, an diesem Holzbalken. Das heißt, ihr habt den Spot wunderbar im Blick. Ihr könnt Richtung CT gucken. Ihr seht sogar hier falsche Mitte, beziehungsweise Double Doors noch ein bisschen was. Und ihr könnt die Gegner erkennen, so sollten sie eben den C-Spot beziehungsweise C-Lang langlaufen. Sehr, sehr gut. Ihr könnt sogar hier noch ein bisschen in die kleine Ecke hier schauen. Meiner Meinung nach ein wunderbarer Spot auf jeden Fall für eine gute Kamera auf C. Es gibt noch eine sehr gute Möglichkeit, um den B-Spot aufzudecken. Und zwar von dieser Position aus. Das heißt, die Kamera kann sehr, sehr variabel eingesetzt werden. Ihr geht einfach auf diese Kiste hier und im Sprung zielt ihr hier nach hinten auf einen kleinen Mini-Ass. Den muss man, also ihr versucht einfach hochzuspringen und versucht einfach mit Linksklick die Kamera zu platzieren. Dann könnt ihr diesen kompletten Bereich einsehen und bekommt im Endeffekt die Information, ob der Gegner versucht, euch über die Mitte beispielsweise zu pushen. Und dann könnt ihr dementsprechend gut reagieren. Die Kameraposition finde ich auch tatsächlich sehr, sehr gut. und eignet sich meiner Meinung nach sogar auch offensiv. Das waren die besten Spots für die Fallen, für die Smokes, als auch für die Kameras auf allen drei zurzeit verfügbaren Karten. Ich hoffe, dass ihr euch was gebracht habt. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr noch weitere Spots kennt und ob ihr die einfach mal in ein paar Runden ausprobiert. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht gibt es ja demnächst ein paar Cypher-Mains unter euch. Vielen Dank fürs Einschalten. Stay tuned. Das war Smugel und wir sehen uns in der nächsten Episode.